Als Immobilienmakler, ob du es glaubst oder nicht, hat man ja einen bestimmten Expertenstatus, weil sonst würde man den Auftrag ja in erster Linie nicht bekommen. Der erste Punkt, der ganz wichtig ist, der Preis richtet es nicht immer. Denn selbst wenn du eine Immobilie tipptopp bewertest, musst du immer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Immolusion Podcast Folge. Heute sprechen wir über ein Thema, mit dem sich wahrscheinlich einige identifizieren können. Oder was auf jeden Fall in der Branche ein heißes Thema ist, sind wir mal ganz ehrlich. Und zwar das Thema Ladenhüter, Karteileichen. Spannendes Thema. Wie man es auch immer nennen und drehen und wenden mag. Ja, schieß mal los. Also wie gesagt, der Markt, wir kriegen das ja immer wieder auf die Platte. Wie kriege ich denn meine Ladenhüter verkauft? Und das sind ja Objekte, lassen wir es mal kurz definieren, die, ich würde mal sagen, so länger als vier, drei, vier, drei Monate ist noch nicht so ganz. Aber sagen wir mal, ab dem vierten Monat wird es ja schon kritisch. Vier Monate, fünf Monate. Und im Markt gibt es durchaus etliche Objekte, die auch länger, sechs, sieben, acht Monate oder vielleicht sogar auch ein Jahr da sind. Wollen wir vielleicht mal zuerst schauen, so was sind denn die Problemchen daraus? Also stelle ich dir mal die Frage, wie würdest du dich jetzt als Verkäufer fühlen und hast einen Makler beauftragt und hast natürlich den Glauben, der Makler, der wird das schon irgendwie richten, der wird das hinkriegen und jetzt ist so acht Monate nichts passiert. Ja, also das ist einfach mal absolut verfehltes Ziel. Ja, ganz verfehltes Ziel. Weil als Immobilienmakler, ob du es glaubst oder nicht, hat man ja einen bestimmten Expertenstatus, weil sonst würde man den Auftrag ja in erster Linie nicht bekommen. Und das ist auch unabhängig davon, ob man den Verkäufern schon von vornherein gesagt hat, ja, wir werden mal sehen, wie sich das verhält und so weiter. Die Leute sind trotzdem im Glauben, dass du weißt, was du tust. Und deswegen ist es erstmal komplett verfehltes Ziel. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man letztendlich mit den Assets, mit dem Vermögen von Menschen spielt. Also ich finde, das hat auch so eine gewisse moralische Verantwortung dahinter, zu sagen, okay, wenn ich sowas mache, dann mache ich das immer unter der hundertprozentigen Gewissheit, dass ich das, was erwartet wird, auch liefern kann. Okay, aber das würde ja jetzt voraussetzen, dass wir jetzt sagen, okay, der Makler ist jetzt mit der Absicht rangegangen oder mit dem Wissen, dass er das zu dem Preis nicht verkauft bekommt. Also müssen wir sagen, ich würde mal sagen, das teilt sich so ein bisschen auf. Es gibt mit Sicherheit das Lager, die sagen, ich gehe die Strategie, als Makler, ich gehe die, mal ganz neutral, ich gehe die Strategie und sage, mir ist bewusst, dass der Kaufpreis nicht wirklich realistisch ist. Der Verkäufer will es aber haben, also mache ich es, okay? Weil wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer. Die habe ich jetzt gemeint. Okay, genau. Also wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer. Dann gibt es die Makler, die glauben an den Kaufpreis, den sie ermittelt haben, haben sich aber vielleicht, ich sage mal, verschätzt oder haben vielleicht nicht alle Methoden angewendet. Ja, so. Das sind, würde ich mal sagen, die zwei Lager. Und ein drittes Lager könnte jetzt vielleicht sagen, die einfach mal sagen, okay, wir versuchen das einfach mal. Dem Verkäufer und dem Makler, beiden ist klar, wir versuchen das mal. Ja, so, ja, also so, vielleicht nochmal so eine Abgrenzung zu eins. Ich finde trotzdem, mein Punkt bei all diesen drei Szenarien eigentlich trotzdem angebracht, einfach aus dem Grund, weil selbst wenn ich sage, ich habe mich verschätzt, brauche ich trotzdem ja einen Aktionsplan, also einen Actionplan. Okay, was mache ich wann? Was mache ich, wenn das Szenario eintrifft? Und dann darf es gar nicht dazu kommen, dass es fünf Monate online ist, ohne verkauft zu sein, weil das merke ich ja auch schon nach zwei Monaten, in dem es online ist, in welche Richtung das hier geht. Also in beiden Fällen, finde ich, kann man da schon sagen, okay, moralisch betrachtet nicht wirklich den richtigen Ansatz verfolgt. Ja, definitiv ist das nicht, also ich glaube, es ist einfach nicht, es ist weder gut für den Verkäufer, es ist weder gut für den Makler und es ist auch nicht, glaube ich, gut für das Image der gesamten Branche. Es ist einfach nicht so gut. So ein bisschen vorsichtig formuliert. Können wir uns drauf einigen. Okay, jetzt haben wir ja die Frage aufgeworfen, was mache ich mit einem Ladenhüter jetzt? Ich bin ja jetzt irgendwo da reingeholt. Ich habe noch einen Punkt zu deiner vorherigen Frage, die war ja, was für Auswirkungen hat das? Ja, was denkst du als Verkäufer? Genau, was denke ich als Verkäufer? Ich denke jetzt natürlich auch, das ist kein, also generell kein gutes Licht, was ich auf mich werfe, als Firma auch einfach. Weil im Markt bist du ja sichtbar in dem Moment, wo du Objekte verkaufst, als Immobilienmakler, der Objekte verkauft. Auch für andere Verkäufer oder Kaufinteressenten, die vielleicht was zu verkaufen haben. Also ich setze ja jetzt kein Idealbeispiel dafür, wie das eigentlich zu laufen hat. Absolut, mir muss natürlich eine Sache klar sein. Es gibt Beobachter des Marktes und das sind Kaufinteressenten, aber auch andere Verkäufer. Die schauen sich ja den Markt an, in der Region, in der Stadt. Bin ich jetzt in der Kleinstadt? Bin ich in der mittelgroßen Stadt? Das heißt, du hast auf jeden Fall immer Marktbeobachter. Also da musst du einfach mit leben. Dir muss halt klar sein, die Konsequenz daraus ist, es kann, wenn du mehrere solche Objekte hast, dann bist du halt nachher immer der Makler, der ein bisschen länger braucht als andere. Absolut. So, das muss ja halt klar sein. Ja. Jetzt sind wir in der Situation, wir haben ja die Frage aufgeworfen, was machen wir mit einem Ladenhüter? Und hier will ich einfach mal auch so ein paar Grundregeln einfach, weil wir rechnen ja jetzt zurück. Also wir versuchen, wir sind jetzt einmal in dem Misthaufen drin. Also vollendete Tatsache. Genau. Wir sind jetzt da irgendwie reingelaufen, warum auch immer. Wir sind jetzt da einfach drin. Was tue ich denn jetzt? Das ist ja eigentlich das Ding, wo viele dann so ein bisschen ratlos werden. Auch hier gibt es eine Konsequenz, nämlich, die gehen da nicht auf den Verkäufer zu, die kommunizieren dann nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was soll ich dem denn jetzt erzählen? Was soll ich jetzt eigentlich tun? Und das ist ja das, wo du dir praktisch so, das hat sehr viel mit der Persönlichkeit des Einzelnen zu tun. Bist du jemand, der, ich nenne sie mal die schwarze Panther-Strategie, das heißt, die einzige Lösung ist Angriff, oder fängst du jetzt an, dich irgendwo zu verstecken? Du könntest ja auch, wenn der Panther, die Aktion ist, der Panther steht vor dir, wie verhältst du dich? So, jetzt kannst du ja sagen, du stellst dich tot. Oder du ignorierst das irgendwie, oder du versuchst sogar wegzulaufen. Der Panther ist schnell, der läuft dir hinterher. Also du hast eigentlich nur eine Option, Angriff. Du hast nur eine Option, Angreifen. Und Angreifen ist ja generell, und das meine ich jetzt nicht irgendwie hier kriegerisch oder so, so ein Angriff ist die beste Verteidigung. Also in Aktion gehen. Gut, so, schauen wir uns das mal an. Also, der erste Punkt, der ganz wichtig ist, dabei ist, finde den Fehler. Weil viele Makler, auch die Makler, die zum Beispiel sich unheimlich viel Arbeit mit Analyse, Vorbereitung, Bewertung, Zahlen, Recherchen machen, kann dir auch mal passieren. Und zwar aus einem Grund. Weil man denkt, dass es der Preis immer richten wird. Und das ist falsch. Der Preis richtet es nicht immer. Denn selbst wenn du eine Immobilie tipptopp bewertest, musst du immer die Zielgruppe analysieren. Also wer ist, und wir reden jetzt hier nicht vielleicht von der totalen Mainstream-Immobilie, Innenstadtlage, 500 Quadratmeter, freistehendes Einfamilienhaus zu einem Toppreis. Ja, das kann jeder Depp verkaufen. Das kannst du einem achtjährigen Kind um den Hals hängen. Das läuft dreimal durch die Stadt und dann ist das Haus verkauft. Da brauchst du noch nicht mal ein Immo-Scout reinsetzen. Also das ist ja nicht der Standard. Das heißt, die erste Frage ist immer, habe ich alle Marketing-Maßnahmen umgesetzt? Oder habe ich zum Beispiel nur die Immobilie ins Netz gesetzt? Und hoffe darauf, es wird schon gut gehen. So, da gibt es jetzt eine ganze Reihe an Maßnahmen. Und ich sage jetzt zum Beispiel, wie würde das jetzt bei einem Kinofilm, so einem Blockbuster, wie würde der gelauncht werden? Wie geht das voran? So, und da wird halt richtig Party gemacht. Da wird halt richtig Programm gemacht. Da ist der, der wird, das wird veröffentlicht, der Kinofilm wird veröffentlicht zu einem bestimmten Datum, zu einer bestimmten Uhrzeit. Und bis dahin, Premiere, Part, da wird richtig Gas gegeben. Also muss ich mir die erste Frage stellen, habe ich das überhaupt alles gemacht? Also richtig Gas gegeben. Was jetzt die Einzelheiten, das wird jetzt zu lange führen. Und außerdem gibt es da auch, wie gesagt, unser Coaching für, um die Einzelheiten zu besprechen. Aber Fakt ist, das muss ich zuerst machen. Habe ich alles getan? Davor noch habe ich die Zielgruppe analysiert. Wer ist der Käufer? Habe ich alles, was ich getan habe, darauf ausgerichtet? Also zum Beispiel die Headline. Entspricht die überhaupt? Die Fotos, die Beschreibungen im Exposé. Also ist das überhaupt alles auf diese Zielgruppe ausgerichtet? Dann nächster Punkt ist, wie viele Kaufinteressenten hatte ich denn überhaupt? Ich würde jetzt alle Kaufinteressenten, die ich hatte, egal wie lange, egal auf welchem Zeitpunkt, würde ich immer befragen und immer herausfinden, warum genau waren sie da? Haben sie eine Anfrage gestellt? Warum haben sie nicht besichtigt? Was hat ihnen an der Immobilie nicht gefallen? Weil macht er eine Anfrage, muss ihm ja irgendwas gefallen haben. Macht er keinen Besichtigungstermin aus, muss ihm irgendwas nicht gefallen haben. Sonst hätte er ja einen Besichtigungstermin gemacht. Hat er einen Besichtigungstermin gemacht und gibt kein Kaufangebot ab, muss ihm irgendwas nicht gefallen haben. Und das muss ich wissen. Weil jede Immobilie, die praktisch zum Verkauf steht, startet erstmal mit Null. Und Null ist nix. Und nix heißt, ich weiß nix. Also das heißt, ich muss praktisch starten und alles herausfinden, um diese Immobilie wirklich, wie sagt man mal, wie Marketing auch, zielgruppengerecht anzubieten. Was sind die Vorzüge der Immobilie? Blablabla. So, das ist der erste Punkt. Wenn ich das also nicht getan habe, dann muss ich das rausfinden. Was ist da los? Ich muss Gründe finden. Liegt es am Preis oder liegt es an was anderem? Also die Arbeit machen sich schon nicht so viele, sag ich mal. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist das Objekt selber im Sinne von, habe ich das selber mal kritisch beäugt oder bin ich so im Modus, ach wie toll, endlich ein Auftrag, das mache ich schon, das regle ich schon. Also kritisch so zu schauen, was sind denn die Tretminen, die ich selber sehe, vielleicht mein Team sieht und so weiter. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Lage. Nehmen wir mal zum Beispiel so eine Dorflage oder eine Höhenlage oder Sauerland, Eifel etc. Also nichts gegen die Eifel, nichts gegen das Sauerland, total schön da. Nur es ist im Rahmen der Entwicklung, der Urbanisation, also sprich Innenstadtlagen etc. und Veränderungen, wie Menschen leben, einfach so, dass Standorte, wo zum Beispiel nicht so eine gute Infrastruktur ist, da kann trotz coolem Kaufpreis, das kann das tollste Haus sein, mit der tollsten Ausstattung, liegt wie Blei. Also muss nicht sein, aber kann sein. Also das heißt eine Immobilie, wo du eigentlich sagen würdest, Mensch diese Immobilie müssten wir doch wie in Amerika eigentlich auf so einen Sattelschlepper packen und einen anderen Standort bringen, dann ist sie weg. Dann ist sie verkauft, geht aber nicht, weil es ein massiv gebautes Haus mit Keller ist, aber das musst du rausfinden. Und erst wenn du diese ganzen Sachen rausgefunden hast, dann guckst du dir natürlich rückblickend nochmal die Analyse in Sachen Zahlen an. Berechne es also nochmal so, was ist denn der eigentliche Wert der Immobilie? Okay, das musst du machen. Du musst einfach nochmal schauen, mit allen Verfahren, die dir zur Verfügung stehen, welcher Wert ist denn tatsächlich da? Weil ich sage nochmal, wenn du im Einkauf die Immobilie nicht wirklich bewertet hast und hast nur auf Angebotspreistools gesetzt und du bist auf den Wunschpreis des Verkäufers eingegangen, dann kommt jetzt Time of Truth. Jetzt ist die Zeit der Wahrheit. Das heißt, du musst dich jetzt dieser Herausforderung stellen, dem Verkäufer reinen Wein einzuschenken. So, okay, Mängel der Immobilie, bla bla bla. Also wenn du jetzt alles sauber recherchiert hast, dann machst du folgendes. Dann setzt du einen Brief auf, eine E-Mail oder einen Brief, am besten einen Brief, inklusive aller Aktivitäten, die du für diese Immobilie durchgeführt hast. Und jetzt wäre es natürlich cool, wenn du ein paar Besichtigungen hattest und auch ein paar Anfragen. Und es wäre auch schlau, wenn du auch ein paar Aktivitäten nachweisen kannst, also wirklich zeigen kannst, du hast was getan für die Immobilie. Und diese coole E-Mail, jetzt müsste man natürlich genau wissen, wie man die schreibt, aber das wäre jetzt ein bisschen zu weit gegangen. Ich finde es jetzt schon fast zu weit, aber ja. Aber die kann man sehr, sehr detailliert und cool machen und die schickt man dem Verkäufer zu. Und unten drunter, wir haben alles getan, wir wollen ihre Immobilie verkaufen. Aus diesem einfachen Grund empfehlen wir eine Kaufpreisreduzierung, wenn das jetzt der Punkt wäre. Okay, eine Kaufpreisreduzierung um 80.000 Euro auf so und so viel. Ja, so, das schickst du dem einfach zu. Und zwar so, dass er da mal ein, zwei Tage locker drüber nachdenken kann. Und natürlich mit der Ankündigung, dass im persönlichen Gespräch, ich kann es natürlich auch machen, ich würde ihm mal was zu lesen geben, dass er mal ein bisschen Hintergrund bekommt. Dass er auch mal in diesen Schmerz jetzt mal reinfühlt. Und dann führe ich mit ihm ein persönliches Gespräch. Übrigens, und ich würde das nicht sagen, wenn ich es nicht selber ausprobiert habe, die meisten Verkäufer sagen von alleine, okay, machen wir so. Weil du es gut aufbereitet hast, weil du es gut recherchiert hast. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie cool das Schreiben formuliert ist, die E-Mail, bla, bla, bla. Ja, so, that's the way. Sodass, wenn du das so machst, dann hast du zumindest eine coole Handhabung auf den Verkäufer. Hast eine coole Chance. Und wenn das alles nicht zutrifft und der Verkäufer ist bockig, dann ist jetzt die Zeit, die Immobilie zurückzugeben. Ganz einfach. Dann musst du an der Stelle jetzt den Stopptach zu drücken. Weil es macht keinen Sinn, wenn die Bereitschaft auf der anderen Seite nicht da ist, die Immobilie weiter jetzt durchs Leben zu tragen. Das macht auch keinen Sinn, weil das ist ja dein Marketing-Grab. Du musst ja weiter Geld investieren. Also das ist mal so ein kleiner Ausblick. Also es gibt, die gute Botschaft soll einfach sein, wer ein bisschen Ahnung da draußen hat, wer ein bisschen weiß, der weiß zumindest mal, dass das auf jeden Fall schon mal eine sehr coole Vorgehensweise ist. Und der hat vielleicht auch erkannt, dass ich schon die ein oder andere Immobilie verkauft habe und weiß, wie man sowas anpackt. Weil das eigentlich Wichtige ist ja die Handhabung. Also wie handhabe ich etwas? Wie gehe ich damit um? Das ist schon, glaube ich, der richtige Ansatz. Und ja, that's it. Okay, dann würde ich sagen, haben wir das Thema Ladenhüter auch mal besprochen. Genau, ich würde sagen, Haken dran, oder? Ade Vida Ci. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020